Ein Flipautomat ist eine Storytelling-Maschine und du bist in der Geschichte, erzählst mit deinem Spiel die Geschichte des Flippers und kannst nicht aus, also es ist kein Eskapismus aus dem Flippern möglich und solange du spielst, bist du eins. Intelligente Bildertransult, stell es auf das Bein, schau auf den Fuß. Hier, hallo! Da, der Fuß! Der Fuß ist das wichtigste Hilfsmittel des gescheiterten Künstlers. Ich bin sogar zweimal verletzt worden in meiner Partisanzeit. Natürlich, ich habe viele weggefahren können, viele Freunde von mir sind neben mir, rechts, links, gefahren. Es ist 1 Prozent, dass es wirklich passieren kann, denn es ist der 21. Jahrhundert. Was ist denn, was ist passiert? Und ich ging zum Park und es war... Weiße Wolken sind die Kinder der Berge. Weiße Wolken hängen Tag für Tag umher. Die grünen Berge stört dies wenig. Dein Sturz hat den Irigen nur besiegelt und der Welt geoffenbart. Und der Welt geoffenbart. Gottes Strafen werden. In dir das Paradies wiederum zerstört. Welches er dem sündigen Volke geschaffen und... ...bereit hat. Wir haben irgendeine Serie geschaut. Ich glaube wir haben gerade The Walking Dead geschaut oder so. Sehr passendes Thema. Und dann habe ich auf Pause gedrückt. Das war ganz random. Und dann habe ich gesagt, Mama ich muss dir jetzt was erzählen. Ich habe angefangen jetzt zu fladdeln. Im Moment. Und sie war so, okay was ist los? make alles! Bis zum nächsten Mal.